ich mitgehört doch hallo josh und auch so nicht wenn so gegangen weil ein grünes krott lag dass mich da einfach wo ich gehe ich hätte immer schön sagen ich 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 gehe jetzt auf das boot das ist mein boot jetzt ich darf nicht auf das boot ich darf nicht auf das boot du fehlst noch nirg ja klar wir waren doch schon vom boot und jetzt rennen wir noch nicht die gehen wiii treue die explose nur so klein war hätten wir auch weiter vorne stehen naja jetzt passiert noch ein bisschen mehr ja wir standen aber doch schon beim boot und da konnten wir uns das noch gemütlich angucken ja stimmt okay gut jetzt nicht mehr ich hätte aber gern noch in die zwei verschlossenen häuser geguckt die jetzt dann offen waren aber nicht mal so viel zeit 20 sekunden da hätten wir beide nicht mehr machen können und ein zombie ist mit auf dem boot naja das ist der jungs unser schwarzer kamerad wenn sie kapitel 32 er speichert mich weh weil die errichte ja sie können die aktische war alle mal jetzt im archiv eingehen das ist eine bessere präzision du hast die akte nicht gespielt ich habe das kapitel erste kapitel nicht gemacht ich habe jetzt schlechte ähm kann man nicht okay ja ähm was mache ich jetzt ich werde denke ich mal ich bin einfach weiter ja ne schätze verkaufen ne musst du nicht machen es gibt 10.000 ja kannst du machen wenn du Geld brauchst ich weiß noch nicht kann man irgendwas neues kaufen nein oder stand nicht neu dabei ne ne kann man nicht ich werde die waffe aber ausrüsten ne äh aufrüsten nicht ausrüsten welche die schwarze feuerkraft ja feuerkraft geht gut war 9000 eben für feuerkraft auf upgrade ausgegeben kapazität kann man auch noch einmal upgraden wunderbar kann ich die pistole noch verbessern 3000 das habe ich das für die feuerkraft reicht es und für die kapazität hier ist auch noch mal verfügfeuerkraft aufspreisen einfach den kann man nicht verwissen ähm moment hm so ich habe gerade für 10.000 meine sniper upgrade ich lasse die kapitel doch noch im inventar 40.000 habe ich gerade meine sniper upgrade geschlacht hat jetzt geschlacht volle feuerkraft und ein bisschen mehr feuerrate so was für ein kapitel kommt jetzt 3 3 oder 4 ja oder ne weiß ich nicht ich es nicht wissen boot da haben wir am boot wir haben ihn voll wegfahren lassen und nicht abgeschossen obwohl wir uns sogar eine sniper dabei hatten und ich habe einen raketenwerfer ich hätte das boot einfach mal sprengen können ja auch wenn man es nicht sieht dass ich einen raketenwerfer mit mir führe die zünden unser boot an also seit wann können die boot fahren sind zombies wir können motorrad fahren ja auch wieder war und äh LKWs äh sag es bloß wir dürfen auf diesem kleinen Boot stehen und ballern genauso wie bei bei einem boot stehen und ballern ich darf mich aber sogar bewegen diesmal auch wenn das nicht alles Kapitel 3 3 ähm was nehmen ich aber das bringt ich habe hier noch gewährleistet aber das wurde der vierte explodiert oder so ich hab noch gar nicht drauf geschossen ich fange jetzt gerade mal anzuschießen ich nehme ein ich habe nur einen Raketenwerfer schluss ich könnte ein Boot sprengen aber das ist oh au ich schieße auf die Mitte äh Alter ich hätte meine Sniper auch einpacken sollen oh und jetzt ok sind wir eingesperrt ne ne umdrehen umdrehen da 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 sind Sprengfässer fäh fäh können wir hier runterspringen? nein können wir nicht naja da Vogel ähm hier müssen wir denke ich mal raus wir sind beide auf einer Seite raus ne ne ja äh äh hochspringen raus und so ne ich bin hier gerade die ganzen Vögel abgeschossen erst mal Füß die Tombi sind oh shit das Treffer kriegt davon ein oder? ne ne ja da war's doch gut dass ich sie abgeschossen hab das war übrigens nicht du das war der Typ mit dem äh äh nicht war das echt was auch sogar schon was war das? diese dicken fetten roten Fässer wow du musst du den Munition mit ne ein Schalter ist das Maschinengewehr Munition ich drück den Schalter du kannst du die Munition holen opent die door bist du? da bist du schon mit der Munition die sich auf den Vogel oder auf den Zoll? Ich schieße auf den ja, die Zolle, die Vogel, Vogel! ins Gesicht, Jo! das war auch ins Gesicht aaaah hat dich erwischt Eilen! 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 doch, es soll MIT deine ethkel ermentiert nineteent du Gewährmonition für seine Bombe immer noch Gewährmonition wenn es bis nur Pistolen werfen wir mussten er schießen Doppelgruppen gleich schon wieder Geld Dau ihr könnt er immer schön die dicken werden wurde fesser schießen sie nun mal keine den Fett Ecken gerade siehst du gerade eins er hat zwei drei aber er kann es haben es an der es ist nicht schon wieder ja aber erst mal die Fässer auf und die Pistole mit Ich weiß noch, ob es durch die Munition ist. Zombies hier irgendwo? Ähm, sind allgegenwärtig Zombies. Ja, ich hab noch Platz. Ähm, da ist einer geworfen. Ach, das bist du. Ähm, hier Lichtgewehr-Munition. Hier Zombies. Sollten wir jetzt hier... Aaaaahhhh... Alter! Gehen wir zurück, wir gehen zurück. Wir gehen hier hoch. Das sieht mir sehr sicher aus. Das ist eine Selbstschlussanlage. Wer hat die Instilliert? Zombies. Ja, genau, die Zombies. Deckung. Da müssen die Selbstschlussanlage da oben. Bei mir. Ich könnte sie sprengen, aber das weiß ich nicht. Das wäre jetzt übertrieben. Aus dem Bruch müsste ich dafür auch das Raketen mehr vernehmen. Ne, das ist immer mal lieber. Ich denke, wie kriegen wir die Dinger platt? Du kannst dich gegen so eine Wand lehnen. Tue ich gerade, ja. Aber wie soll ich auf das Ding schießen, während der als auf mich ballert? Ja, der schießt ja nicht die ganze Zeit. Zombie getroffen. Hast du deinen Zombie auch weg? Ja, die Selbstschlussanlage ist auch weg, ja. Gut. Was machst du da? Du machst da nichts, wie es aussieht. Ich hoffe einfach mal, dass du auch keine Waffe hast. Du hattest ne Waffe. Ja, genau. Verfehle. Stöbe einfach. Nämlicher Zombie. Ähm. Ja, ich habe das Messer genommen, obwohl ich das Ding ausgerüstet hatte. So, du kommst auf deiner Seite zurecht. Ich habe hier... Oh, ha, 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 ha. Und so eigentlich sterben. Nämlicher Zombie. Jetzt muss ich ein normales Kraut benutzen. Das ist schon irgendwie peinlich. Oh, warum? Jetzt stehe ich schon wieder nicht dabei. Du hast die mehr Energie als ich. Ach so, du musst den... Du musst den anderen Hebelzelt gleich benutzen mit mir. Ja, ja. Schrotmonition kann ich dir gleich geben. Wo ist der Hebel bei dir? Ja, ja, tschö mal. Such den Hebel. Push the button. Nicht der. Das ist mein Hebel. Such dir deinen eigenen. Wo ist denn der? Ja. Keine Ahnung. Ah, hier ist noch eine Leiter. Die würde ich mir gerne noch vorher angucken, bevor wir gehen. Äh, hier ist noch vier Maschinengewehr-Munition. Soll ich dir die mitnehmen? Ja, ja, ja. Bin ich hier. Ich hole es mir selber. Ich habe schon mitgenommen. Vögel. Boah, jetzt steh ich. Okay, paar Vögel. Pistolen-Munition. Schrotmonition. Und da wollte ich doch hin. Hier, hier, hier ist die Selbstschussanlagen und ein Haus. Ja, die kann ich jetzt auch benutzen, die Selbstschussanlagen. Mach das. Was? Wofür? Sind wir Zombies? Oh. Fast ist schon tot, aber. Ich geh dann jetzt mal in das Haus rein. Oh mein Gott, hier ist etwas voll krasses in dem Haus. Ein Schrank. Den kann man öffnen. Was? 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 Johnny. So, dann geh ich jetzt mal hier zurück und so. Oh, hier ist noch ein Kraut. Was kann man hier? Kann man hier denn noch? Wie kann man runterspringen? Ich geh dann irgendwie voll weit zurück. Pistolen-Munition. Mohr, wo geh ich ganz lang, What's Defuck. Ich springe hier runter. Oh, was hier? Ohöööw. War das gefunden. Warte. Muss irgendwas wegschmeißen. alle kann nehmen da haben das war eine Waffe es hat gern dann schafft man sich hätte meine Munition nicht abgeben ich habe 3 ich würde sagen er weiß nicht nur so Maschinen gewinnen das auch so geht Prozent er einnachst und er hat sie dort und die Sion alles wird die Schließung und so wird er aus dem halbischen Schienen und zu er hat aber zu erheben so viel zu einsammeln ich weiß nicht wo hin ist ich kann hier alles tragen wie wie jetzt erst der Sprache nicht tragen ist gut so was so kann ich tragen ja ich komme schon mit von der kleinen Kiste drinnen voll erst nicht kann er war auch nur Schrotmonition gut ich kann auch nichts mehr mitnehmen was hast du was hast jetzt da noch mal nach die Pistole ich wollte er selbst wenn ich mitnehmen wenn ich dir die Maschinengewehr Munition er gibt mir die mehr ging nicht besser wie immer noch ein Moment hat dann mit der Maschinengewehr nach er hat er hatte mit dem Weg mit dem Weg so was nicht mit das ist es nicht mehr lassen Warte, das kleine Kraut benutze ich, dann, ne, das ist die Pistolen-Munition. Warte, ne, ich lasse es hier, ich lasse es hier, die Pistolen-Munition. Was ist denn das jetzt her? Hier kann man auch noch lang. Magnum-Munition wird es haben. Wie denn? Ich habe weder die Magnum dabei, noch einen Platz im Inventar. Ja, was ist das denn wie eine Residivität? Wir haben Zug-Munition. Ja, wenn man alles mitnimmt, sollte man natürlich auch teilweise genügend haben, aber an bestimmten Stellen hat man zu wenig. Ich meine, ich erinnere mich ja da vorher noch dran, wo die Magnum alle war und ich nur noch mit einem Schroten-Munition rumgelaufen bin. Irgendwas konnte ich da gerade drücken, ich weiß noch nicht was. Ach, gegen die Wand. Kommst du jetzt her? Okay. Was, wo? Äh, zum Boot. Du hast aber nur fünf Schuss, standardmäßig in der Schrottschülte. Ja. Ohne Upgrade. Ich glaube, ich hatte mehr, glaube ich. Ich meine, ich hatte acht, standardmäßig. Ich meine, ich möchte einmal kurz ausprobieren. Ja, dann mach. Alter, du hast 20 Pistolen, du hast 20 Rotgewehr-Munition. Ich habe gerade mal 16. Noch zum Nachladen. Gut, du hast dich aber auch noch 13 in der Waffe.